Die Entwickler haben gestern die Ergebnisse der dritten Pack-Umfrage für das Kunst- und Handwerksaccessoire-Pack veröffentlicht, die ich euch in diesem Video vorstellen will. Insgesamt 15 Objekte konnten wir in den letzten Wochen für den Ersteller 1 Sim-Modus auswählen, von denen insgesamt ein paar Schuhe, vier Männer- und Frauenoberteile, eine Frauenhose, eine Mütze sowie zwei Kleinkinder-Gesamt-Outfits und zwei Objekte für Kinder gewonnen haben. Überrascht hat mich, dass es keine Outfits für Tiere ins Pack geschafft haben. Hier hätte ich mir vorstellen können, dass viele von euch Outfits für diese im Spiel haben wollen. Ehrlich gesagt gefallen mir alle der Outfits ganz gut, bis auf dieses Oberteil, welches mich irgendwie stark an eines aus dem Basisspiel erinnert. Im Blogbeitrag wurde ebenfalls verraten, dass man einige dieser Outfits noch im Spiel selber herstellen kann. Wie das funktionieren wird, weiß man aktuell aber noch nicht. Auch neue Frisuren, die es im Pack geben wird, wurden noch nicht gezeigt. Es bleibt also weiterhin spannend. Wie gefällt euch diese Auswahl? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.